hallo hallo meine lieben freunde herzlich willkommen wieder willkommen bei one page pirate warriors 3 kapitel 2 episode 4 wir arbeiten auf den insel der gottes so leute hier ist euer sags baxidaxi und ja wir machen weiter weiter nehmen wir schlal haben wir raffi, litzok und samtschnauer diesmal haben wir raffi, litzok und samtschnauer mongbranの助力を得てノックアップストリームを捉え麦わらの一味は無事 スカイピアと呼ばれるその国はゴッドエネルが支配する神の国だった エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に一方エネルと敵対する別の勢力もあった 彼らはシャンディアと呼ばれ エネルギーの地でそんな状況か スカイピアのへに不法入国の罪に逃げたルフィたちは天のサバキを受けることになるのだった と え? ちょっと待って! 何これ? 何だろう? え? 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 エヴリエコーが Illust Robbyの仇人をアップジェケラジするんか スicsを遭い 14月以下 Sent another あん using autobody エヴィン エヴィン アップジェケラジェケラジェケラジェケラジェケラジェケラジェケラジジェケラジェケラジェケラジェケラジェカインダの verdade Πで ナハニサン アップジェケテラジェケラジェケラジェケラジェケラジェケラジェレビサヒュロジェクの die Strafe der Himmel zuteilen. Wer in dieses Heilige Land eindringt, wird von dem Piraten des Höher Himmels bestraft. Wo sind sie hin? Die Opfer-Ata. Wenn ihr sie retten wollt, müssen ihr die Prüfung der Opfer Yadda überstellen. Das heißt, wir müssen diese Insel meistern, wenn wir uns Kameraden zurückholen wollen. Reicht das nicht aus, wenn wir einfach diese Piraten weghauen? Tja, wenn ihr das schafft, immerhin ist Gott Engel auch noch da. Interessiert mich nicht. Ich mache alle zusammen platt auf der Opfer Yadda. Die Menschen von Lumea sind entkommen. Gut. Das ist die Chance, die Piraten auf dem Weg zu räumen. Ja, langsam, jetzt richtig liebenhaft hier. LOL! Ich weiß nicht. Aha. Okay, Opfer-Ata. Ja. So. Das bekomme ich ja gleich. Das auch bekomme ich. Ich muss irgendwie nochmal diese wiederholende Emission. mit dem Chopper. Weil der bekommen sie noch bekommen. Ja, das passt schon. Ja, passt schon. Ne, höher du nicht. So. Aha. So. Äh, ja. Wir beginnen einfach mit dem. Wir sind auf der Skalpia, wie ich weiß. Ja, das ist so schön. Whoche Titelmann. Ja, ist Fuzuka schon mal. So, dann sind wir ein bisschen schneller abgeräumt, was haben wir in der letzten Folge erlebt? Was kann ich mir erzählen? Überlegt mir kurz was kann ich mir erzählen über die Geschichte. Also, wir sehen so auf. Ja, blö 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 blö. Äh, wie sollen wir sie? Äh, was passiert? Äh, ich hasse sowas wie labern und spiel. LOOOOL! Oh, sonst will ich nicht mehr. Ah. Ah. Ja, Elisabeth ist der King hier. Ja, helde ja. Ja, helde ja. Helde ja. Helde. Helde ja. Warte ja, war ein Opfer, also. Da bin ich, Opfer, also. Jetzt muss ich soo schön... Na? Ah, nur einer. Ok. Da bin ich noch nie. Ich bin' noch nicht. Na? Und dann. Wenn es die Person auch nicht so schön ist, ist es geschafft. Ja! Ja, ich bin' noch was. Give the Huzzle Wo ist der? Schnelles Auto, wir sind die letzten Jey! Mission vorgab Ok, Geschichteerzählung Sieht aus, als werden wir alle sicher Was ist Nami? Opa Yada, die Insel der Gottheit, doch nicht diese Insel. Erinnerst du dich? Das ist genau wie ein Ort am Boden. Diese Insel war mal auf dem Boden, wenn es noch. Genau, es ist ein Fragment der Insel, die abgespaltet wird. Diese Insel ist Yawa. Aber wie ist diese Insel? Es muss dieser Monsterstrahl sein. Es gab... Lächerlich, lächerlich sind aber... Vielleicht ist diese Goldstadt, die Noland sah, in diesen 400 Jahren in den Himmel geflogen. Wow! Diese Gottes sei Dank, wenn dir hier der Goldene Stadt ist, das für eine Belohnung für mich? Was? Hey! In der Goldstadt gibt es doch eine riesige golde Glocke. Richtig? Laut langes Tagebuch gibt es eine. Pilashiro ist eher ein Tag her, wenn ihr laut diese wird hören, oder? Ich werde... nach ihr suchen. So, jetzt! Jetzt! Ah, haben wir jetzt noch etwas mehr. Höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh-höh. Alle sich verteilen? So, ich gehe hier auf der Mitte. Ha 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 ha! So! So, dann werde ich nicht hier in unsere Atze, weil das haben wir nicht so viel zu erzählen. Und so wirklich ist alles was nicht gepasst wird. Ach Engel hat sich gezahlt. LOL, wenn ihr so kleine Schlinger ist. Ach, was ich so? Ach, was ich so gemacht hat? Aber ich bin so großartig. Das ist so großartig. Hey, wo ist es? Warte, ich will kurz was schauen. Was hilft Nami... Okay, Nami, wo ist Nami? LOLL! Ich muss zurück, haha scheiße. Ah, Engels, ja Gott. Das muss... Warte, wo ist Nami? Ah, ich werde da, da war ich schon Bis zurück zu Nami? Nami, ich komme! Meine Liebe! Ach was, hm... Loll Kombo! Power! Ja, so ein Attac-Kund-Ding überleben Engel! Oh, zau! Oh, zau! Ich werde da, ich werde da Engel! Loll! Ja, Pau! Fight es auch! Oh! 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 Jetzt wieder schaffen wir jetzt diese sehr optimale Clins zu machen Oh! 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 So, haben wir ordentlich viel weggeräumt. Halt. Jo. Yay. Puh. Kleine Lamp ist sicher, oder? Der Mast muss noch gefixt werden. Ah, ist das... Was ist das für ein Geräusch? Ist doch keiner da. Diese Nabel ist so dicht... Nebel. 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 Ist so dicht, ich kann nicht sehen. Wer ist das? Nebel. 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 Oh, ich kenne das nicht, ich kenne diese Nabel. Wie heißt diese Stadt? Oh, Water 7, genau, wenn wir einen Water 7 haben, dann erfahren wir, was ist das für ein Menschchen wahr? Menschen oder Menschen? Nein! Was? Leute, was ist kaputt? Danke für mich, Kerl. Aha. Das ist die Gute, aber auch nicht. Er muss sich sterben. Rieber! Ah, da ist es Rieber. LOL! Ich kann seine Raketen absehen. . Ha 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 ha. . Ja, ja. Ei, 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 das war ganz nah. Oh, da kann ich nochmal. Ah, scheiße. Wo ist der? Wo ist er? Ne. Oh, super. Ich werde die Glocke läuten. Also geh mir auf den Weg. Die Glocke zu läuten hat eine große Bedeutung für uns. Die Nachfolger von Kal-Gara. Wir bedeuten es dir schon. Er hat was? Was bedeutet es dir schon? Wir werden diese Himmel von denen, die sie stehlen, zurückholen. Und das Licht von Charadora wird erneut erstehen. Anscheinlich lautet Kal-Gara von 400 Jahren die Glocke für eine Wolltätige, der sein Dorf rette. Zu Glocke-Gleichzeit erzählt einer gewissen Entdecker. Er hat einen Glocke-Gsee gesehen. nur seinen Nachbarn glauben ihn nicht, würde das läutern, der Glocke würde alle die an der Stadt suchen, wissen, dass sie die ganze Zeit im Himmel war. Das war es, was der Käpt'n der Strohut-Piraten sich denkt. So war ein wunderbar Grund, selbst in dieser Situation. Sein Nachbarn, wie ist er? Noro Cricket. Dann ist sein Vorfahren von 400 Jahren in Noland. Lass uns... ...tun Strohut. Lass uns... ...der Licht von... ...sashu... 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 ...meine Fresse... ...zum... ...leuchten... ...bringe... ...du... ...einverstanden. Auf geht's! So, wir haben jetzt gewonnen. Juhu! Die weiße Butter! Ja... Ok! Cool. Ah, Curry! Netz! Ehh... Pirate! Er.. so so robbieter ok los geht's scheiße so 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 y 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 Jaaa! Okay, jetzt haben wir ja, dann schau mal. Komm schon. Ich komme Oh ja! Ja, jetzt geht es schon wieder von der Pfeilgelaune. Oh, der Held der Stunde ist gekommen, Leute. Ja, jetzt gehen wir, Leute. Ich bin schädig. Ja, jetzt gehen wir. Wir müssen die Karnalra machen. Schande, wir sind die Krieg der Karnalra. Ich bin schädig. Ich bin schädig. Wir haben den Karnalra. Oh, komm schon. Komm schon, ein bisschen, ein bisschen. Und ich würde auch nicht. Ja, endlich mein Lügen. So. Okay. Und die Flagge ist, was ist die? Ja. Schon fertig. Das war richtig neunisch. Loll, Toru mach das nicht. Okay. Wo ist unsere Glocke? Wo ist der lichtige Shandora? Das ist definitiv der Ort, der auf der Karte markiert ist. Blaumeer-Banditen. Und die Shandor, die, was? Shandia, Shandia, also Shandia. Haben sich verbundet? Was können sie vorhaben? Sind sie hinter, hinter dem Himmel? In dieser Welt sollten, äh, in dieser Welt voll, voller, so, so gekümmert sind. Niemand um andere. Dieses Land im Himmel selbst ist ein unnatürliches Phänomen. Menschen selbst, Götter, brauchen einen Ort, der zurückkehrt. Das ist es. Ich werde diesen Menschen aus dem Himmel werfen. Wenn du das tust, verlierst du vielleicht das goldene Glocke selbst. Und die Glocke ist doch, was du willst, oder? Darum brauch ich mich. Darum hab ich mir keine Sorge gemacht. Ich habe herausgefunden, wo die Glocke ist. Dieses Spiel habe mir überlegt, als ich dachte. Die Glocke und Götter ehren sich nie richtig. Also wer wird verschwinden? Wir werden... Du soll... Werdest verschwinden. Unverschämtheit. Du sollst verschwinden. Du sollst verschwinden. Läuft! Auch... Das war's für heute. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. The aimer would be going to go with the twice against the aimer in the skin. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Komm! Komm! Dich so! Mal, mal schädig! Oh Mann, schau mir doch. Ich weiß nicht, ob ich meine Güte. Ok Hier ist mir egal, nach hinten nachschen Wie ätzend Ah Ok 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 LOL LOL Yeeeey Wo ist der Engel? Yee, Apa und mir! We're fighting though Oh, be nice. Ah komm, er soll da rauskommen Egal, mach ich so Slip an ihr Diese enge Verfolgen Ich hatte sie meiner Verfolgen, mei, nicht later Ich glaube, das muss ich gesungen Vielleicht muss ich ganz oben drücken Ja Was ist er? Ja Ja Ich weiß es nicht, ich weiß, was sie immer haben Ich weiß es nicht, wie er ist das ande Soll ich diese enge einer Und ich die in den Luft Ich weiß es nicht, ich weiß es ist Du hast ihn nicht Du hast ihn nicht Soll ich auch freue mich und mag ich dir. Alles! Inge! LOL! Achso! LOL! Ist das fucking hell? I don't know what I'm going to do! My name is Kiko! LOL! Der Arsch war auf meine Fresse, gehen wir fit schon. Ja ja ja. Ja ja. Alter, der Nerven ist der vollen Blitz. Meine Fresse. Loll! Willkommen schon nochmal von meinen Dun Dun Brea. Ja. Wie ist das denn? Ach so, oh Gott. Dann bekommen wir nochmal. Pisser. Der Dimiya flippt Pisser aber auch nicht. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Der Dimiya flippt Pisser. Jetzt langsam echt keinen Bock ab der Föcken. Gibt die doch nicht. Machst du! Machst du! Machst du! Engines meinen, du. Machst du! Machst du! Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, da muss er werden. Hey, hörst du mich? Hey, hörst du? Hallo? Ah, Scheiße! Das ist die goldene Schacht! Wie schön! Also das war die goldene, die Noland gehört hat. Hörst du zu? Mario Noland, lange genau hat es gedauert. Es hat lange gedauert. Ich hoffe deine Nachkommen werden davon erfahren. Ah, er lebt auch noch! Juhu! To be continued. So, jetzt! Oh Mann! Oh Mann! Ich habe gewonnen Zeit an mir für saugen Smooth. Yay! Wir lebe auch hier. Ah, ich bin wieder da. Aha! Oh yeah! Juhu! 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 Okay, jetzt! Juppig! Also zack, 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 zack. Also bis jetzt alles. Nice! Ich bin reicher. So Leute! Ich werde es sagen. Das was für ein Dorado. Oh! Wir sehen in Kapitel 3. Nächste Folge. Die Stadt des Wassers. Water Sandwich habe ich gesagt. Ah! Hier zeig ich. Okay. Also Leute! Das war es. Und wir sehen uns in nächster Folge. Bis nächstes Mal. Tschüssi!